Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal KILF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine laute Freche. Niklas, hallo! Ja, wir haben Rose Wilson jetzt einmal abgegrast, bis auf den Eindoldungen Legostein. Aber da brauchen wir einen Sheriff-Stern und den finde ich nicht. Mir ist eingefallen, wir haben auf unserer Reise hierher einen Planeten vergessen. Und zwar diese Astronauten Weltallwelt. Und da werden wir jetzt hinfliegen und das werden wir machen. Da fliegen wir hin. Aber lass diesmal das Raumschiff ganz. Okay, wenn ich nicht. Jetzt hat es wenigstens Vögel. Jetzt wirst du wohl eine Landung schaffen. Vielleicht auch nicht. Es fehlt noch der Antrieb, Markus. Oh, wir haben doch eine. Ja, der eine, aber wir haben drei. Und jetzt mache ich ja eine Scheidelade. Lange. Ja, ich fahrt schon wieder auf dich. Ja, ich fahrt schon wieder auf dich. Ja, ich fahrt schon wieder auf dich. Nein, 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 nein. Markus, cool. So, ich werde wieder in den Decken gehen. Und du kümmerst dich um die goldenen Legosteine. Was ist das? Was ist das? Boah, schaut das alles gut aus. Ja, ich fahrt schon wieder auf dich. Ich fahrt schon wieder auf dich. Aber wo ist das? Markus, kläng das ein. Wo bist du? Was ist hier? Ja, komm schon. Hier. Ich komm schon. Ja, ja. Okay, Markus. Okay, viel Spaß damit. Was ist denn ein Laser schießen? Markus! Den wirst du wahrscheinlich brauchen. Markus, das ist die Welt! Die Erde ist da oben, ne? Ja. Ist doch schön, ok? Ja, beim letzten Mal hat das ja super funktioniert. Markus, ne Rakete! Mit den Legosteinen? Ich hoffe, das geht heute genauso gut. Ich habe mich selber getroffen. Oh. Komm her, Gläuterner Legostein! Markus, das ist eine Riesenspende! Hilfe! Du sollst den Legostein fangen! Was tust du? Die kommen doch plötzlich! Wir fangen den Legostein! Komm her jetzt! Du bist nicht schneller als ich! Polizei! Ich bin Mr. Lego! Warte, ich komme da helfen! Komm her! Wer kommt in meine Richtung? Ah! Hab ihn! Hab ihn! Yeah! Markus, das Glendasein! Bitteschön, mein Spielzeug! Markus, das Glendasein! Warte, ich habe da das kleine gescannt! Was? Ich bin der Glendasein! Das oder du? Kann sie hacken! Ja! Wow! Und wo fliegt den? Ich bin ich gar nicht lustig! Wow! Hilfe! Genau da, wo ich sie abgeschossen bin! Das ist witzig! Das ist witzig! Achtung! Paketenschuss! Markus, ein Roboter! David, das wäre bissel ein Diamant! Ein Diamant! Ein Diamant! Hab ich nicht! Oh! Pfff! Vergiss die Goldein, wenn du es schenkst! Ah! Da! Ja! Warte, bis das kommt! Warte, warte! Wir planen uns einander so eine Pizza essen! Und den Hummus Pizza! zwei, drei, vier, drei! Es ist nicht so, dass du sie nicht machen kannst! Da gibt's doch was zu nehmen! Markus, weil ich so riesig bin! Ach so! Wir haben ein Maxi-Geruch. Geht das nicht? hat hat den lindern ein sie trefft mich an das ist unmöglich und die bekamste Schaden kommt der Angriff soll der Angriff kommt der Angriff au lass mich nach Ruhe oh ein Foto verlängert mach ich es entdecken pull op o ok no w ok ok ma ok Ja, Natos, die Spinne treibt mich schon wieder an. Hast du irgendwo so einen Roboter gesehen? Ja. Ich will jetzt kein Foto machen. Oh. Du wieder sein sollst an der Lederstein, Markus. Wo? Da, hier, da. Na, super. Geht doch. Und wieso muss jetzt genau eine Spinne auftauchen? Spinne, lass mich an Ruhe. Markus, hilf mir. Hilfe. Ich habe drei Augen. Sie hat mich getissen, Markus. Okay. Jetzt wirst du zu Weltraum, Spider-Man. Aber nicht mal andere, weil ich sie fand nicht der. Sie hat noch ein Leben. Was gibt's da alles? Die lasst mich einfach nicht in Ruhe, Markus. Lass mal verraten. Was ist denn? Wir sind mit Ritter eingeschlagen. Ich. Ein Modell. Oh. 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 There. Ach so. Wieso? Weil er mir jetzt die ganze Zeit nachläuft. Wegen dem blöden Foto von dem Roboter. Es sind denn überall Fotos? Kommst du zu mir? Da ist der Roboter! Ja. Ich kann die Foto machen, aber ich kann nicht. Da ist gar nichts. Oder doch? Das ist ein wenig Foto. 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 Ah! Das ist okay. Ich habe gerade festgestellt, wie das Foto läuft. Foto, Foto. Ich bin der Superfotograf. Nein, ich will so aufgeben. Habt ihr nicht so Fotografie? Nein. Halt. Nein, ich habe doch schon eine Fotografie. Mann! mit ihm was mit ihm neben ihm soll ein Roboter versteht er nicht da sind nur die Kameraden der Roboter aber da ist einer so in diese Richtung bist du ein Superstar so macht man die Fotos nicht sondern es blitzt ja und das ist glaube ich die Kameraden die man nicht sieht du musst B kurz B drücken jetzt kannst du entscheidende Fotos machen dann du B und dann jetzt dann machst du ein Foto und dann Spitz hat er und jede Menge Kürz hinter das Markkürz das sind die Riesenlöcher So, dann werde ich weiter einscannen, dann noch mal die Gelben und die scharzen Astronauten. Oh Gott, doch noch was zum... Markus! Was? Da ist eine Höhle! Oh! Mit... Diamentos! Was ist das? Oh, da ist auch was. Oh, Markus leuchtet eine. Oh, leider keine Piste. Hm. Ach, da drüben sind die. Ich wollte eine Lederstelle. Ich hol mir schnell, participen wir nicht schnell an Markus. Okay. Ich neem. Ich neem. Ich neem. Ich neem. Ich neem. Ich neem? Damit hat sich der Roboter genutzt. Das ist immer die Roboter, weil die Tatsache passiert, dass sie eigentlich nicht mehr her sind. Nein, Parten. Ich bin rausgeschrieben. Drei bleiben. Komm. Zu. Du musst einen Superangriff. Ah und dann ips. Ah, der Schild! Boah! Der ist fast runtergefallen! Was möchtest du? Dankeschön! Und jetzt kann ich dich entstehen. Ich brauche ein Fahrzeug. Und zwar brauche ich ein schnelles Fahrzeug. Nehmen wir das. Ich soll jetzt bauen! Nehmen wir das! Nehmen wir das! Oh! Ja, Pitty! Ich bin ein Schrott. So weit wie kommen? Leckeres Eis, leckeres Eis. Was für die? Ja, komm. Jetzt sind wir mit dem Aufbau im Rückschirm, welche Roboter... Ich brauche mehr, kann das nicht. Okay, haben wir die schon eingescannt? Nö. Weil wir nicht das haben, was sie wollen. Diamanten. Und wir haben diese Diamantart nicht. Sehr schlecht. Wie weit bist du mit den goldenen Legosteinen? Weiß ich nicht, wie lange das dauert. Aber schon mal noch was. Das kann so verschießen. Ja, ich will nicht schießen. Das schießt einfach irgendwo. Oh, ich bin schon fertig. Ich habe das Raumschiff als Kind gehabt. Wie ist das? Ja, ein Lego. Ich habe alle Legos jetzt gehabt. Von Lego Weltraum. Wie meinst denn? Ich hab ne Laserpistole. Ich hab ne Laserpistole. Ja, ne, ne, ne. Oh. Du musst... du musst dann behalten. Wow! Wow! So, den macht er los. Markus! Oh! Kann das sein, dass die vielleicht da... Was? Irgendwo. Vergraben sie? Ja, glaube ich auch, die ganze Zeit. Habe ich irgendwie gekriegt da mit dem Ding nicht gehört? Ja. 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 Was? Oh, wieso mag er denn noch? Was? Wir haben doch nicht die Satellitenschüsse. was komm her mit dem Roboter man ist das nervig die Spinnen kommen, die Spinnen kommen seit der letzten Folge bin ich Rocky komm her, du komm ich will nicht Geld, gib mir den Edelstein ich bin verhärter mit dem Däugner Legos ja da bin ich aus dem Däugner Legos danke navigierender Bauer fantastisch 30 goldene Steine deine Belohnung wartet bei der Rakete auf dich mit der Greifhakenkanone kannst du durch die Welt sausen wie nie zuvor mal kurz das mag ich auch ausprobieren wo ist die Rakete da oh 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 Es PEW bach Oh, das war der Weißerspiller. So, dann. Besonderer Gegenstand, freigeschaltet. Reifhakenkanone. Mit diesem Gegenstand kannst du dich ruckzuck durch die Welt bewegen. Er hat nur begrenzte Reichweite, lässt sich aber so gut wie überall anheften. Ich habe zu wenig Geld. Kannst du die Fahrzeuge verschalten? Ich brauche den Weltraumkreuzer und das... Das da. Und das da. Die zwei. Ich brauche den Weltraumkreuzer. Ich brauche den Weltraumkreuzer. Oh, das ist der Falsche. Nein, die brauchen unterschiedliche. Und es gibt irgendwo einen Roboter, der so einen gelben Kristall haben will. Ich bin mir sicher. Irgendwo habe ich einen gesehen. Au. Jetzt bin ich aber abgestürzt. Wieso genau? Wah. Meteorite ist eingeschlagen. Cool. Hallo, wo ist das Loch? Ach da. Das ist ja eine große Klöste. Oh Gott. Was ist drin? Ich habe eine Bautart und was? Ist das? Hallo. Ich habe ihn eingestimmt. Da ist ja bei dir irgendwo die Aufgabe, oder? Nö. Oh ja. Da ist irgendwo ein Astronaut, der braucht sechs Roboter. Irgendwo war der. Irgendwo war der. Da war ein lustiger Astronaut. Und es war... Ja, genau. Habe ihn. Oh, super. Ey, bleib stehen. Ach, zack. Hallo. Da. Wo finde ich den jetzt? Das könnte sich halt direkt gestalten, was tun die denn jetzt? Ich soll eine bauen! Das könnte sein! Was? Der Roboter! Ich habe ihn eingescannt! Schau schnell! Da, da ist er eh! Wo? Da! Ah, ok! Ja! Mattel, ich schieße dir einen rüber! Wo ist er bei dir? Da drüben! 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 ich habe die flage nicht die Flage diese Flage soll ich nicht nachbauen sondern stellen irgendwo muss ich es einstellen zeichnen noch mal das ist die Flage die darf ich nicht bauen vielleicht meinen die die kleinen die da überall herum stehen so vielleicht aber nicht da geht es um dann kann man vielleicht sagen dann kann man dann geht es um dann kann man wie schon die die sieht jeder dann dann Und jetzt haben wir hier. Wo ist die Flasche? Ja, da. Ja. Ja. Du weißt, wie gut ich bauen kann, oder? Markus, ich hab gerade aus, was in die Spinde platziert. Oh, komm her bei meiner Lego-Style. Wieder? Ja. Ich hab ihn. Super. Yeah. Schön. Ich hab ihn. Oh. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Ich habe eine gebaut, oder Mantus? Absturz, Mantus. Ja. Au. Markus, ich habe die Flacke gebaut. Ja. Ja. Aber noch nicht fertig. Vielleicht fehlt ihm noch was. Schau mal genau, wie die auch schon soll. Ja, so soll sie auch sehen. Ich habe sie nicht gebaut. Ach. Mag ich. Vielleicht mit den falschen Steinen. Vielleicht soll dir nur eines bereit sein. Hier, eine zweite. Nein, bei einem Lego-Stein, der nur eins breit ist. Habe ich. Heißt du? Oh. Und sie soll zweitig sein. Wir gehen mal rauf zu dem mit dem Gewächshaus. Das ist, glaube ich, einfacher. Welchen Gewächshaus? Ja, der zweite, genau da oben. Ja, da oben. Äh, da ist noch ein Job. Ich muss mir leider nichts glauben. Äh, ich kriege jetzt wieder bösen. Ich sehe das dann immer noch. Nein. Au. Ich kann die Frage nicht sagen. Ich habe ihn mit dem Kampfer gesucht. Ich habe ihn mit dem Kampfer gesucht. Ich habe ihn mit dem Kampfer gesucht. Okay. Was ist das? Kannst du da einsteigen? Kannst du jetzt abbauen? Hört nicht aus. Warte, bleib da. Ich mach dann zu dir. Komm dann gleich zu dir. ARD Text im Auftrag von Funk ich habe es in 10 Minuten ja Ja Was? Die Funkstation, die ich gebaut habe. Oh! Was? Wer will ein Foto mit einem Alien? Hm. Was? Ich hab noch gar Künst gesehen. Oh, da ist es drin! Ein Alien! Bitte! Ich komm gleich! Ähm. Wie könnte ich das Spielwerkstellen? Wo ist er? Was? Das ist so nervig! Das ist so nervig. Was ist das? Schiff das ist so weit wir haben ausirdischen Lebensformen aufgespielt und diesen Hauptgeschützten Raumschiff von den Elien entdeckt wie dem Urteil lassen uns herausfinden zufrieden kommen ich weiß schon mal was die Kuppel wegnehmen ich helfe Ja, genau so! Und Ips! Ips! Markus! Warte, ich will das Alien nicht verletzen. Und nochmal Ips! Und Ips! Du musst das schon direkt, Markus. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Ne, ne, ne? Da, da, bitte! Ja, mal, wie das irgendwie aussieht. so komisch ein bisschen kann ich dich einsteigen soja man muss immer sein kampf machen dann setzt es sich hin oder lebt sich hin und dann kann man es ernst nehmen soja doch habe ich auch mit der spinne gemacht also das ist unbesiegbar! Hilfe! unbesiegbar ist das! oh wo 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 wo? oh ich war so ungefallen! wer hat das? ihr seid gemeine lasst mich nie mitspielen wer? ja seit unserem starten so pack die blöde Kamera weg wie kommst du auf die idee dass du mich verstehst? ähm haben wir die fahne? geht die die blöde war weil wir die blöde sind wir müssen keine blöden die blöde die blöde die blöde die die blöde die blöde Wie war das mit dem Foto? Wie? Ganz gut! Und jetzt jetzt! Gerade! Das stimmt mit dem nicht! Das ist doch die Fahne! Der muss schon in der Nähe sein! Ich glaube das ist der falsche Fotoapparat! Kann das sein? Ja jetzt! Jetzt! Ja! Aber es tut nichts! Wie? Und jetzt beraten! Hä? Hm! Hm! Das ist ein bisschen toll! Das ist ein bisschen toll! Was fehlt denn noch auf dem Planeten? Hm! Das ist der mit der Fahne, oder? Nein! Sag mal! Das ist der mit der Fahne, oder? Das ist der mit der Fahne fertig gemacht! Wo du die Fahne hast bauen müssen! Nein! Nein! Dann ist das Tier! Ah! Dann ist das auch irgendwie einer! Das ist Alien! Dann ist das die Fahne! Wo ist das denn? Na ja! Oh! Was ist das denn? Ich muss mich gerade nur ärgern. Und warum? Das Alien hat mir gerade einen goldenen Legostein angeboten und die Spinnen haben mich nicht in die Grube gelassen. Und jetzt haben die Spinnen das Alien kaputt gemacht. Super, toll. Das geht gar nicht. Und jetzt ist der goldenen Legostein weg. Ja. Das war das. Ein goldener Legostein. Wo bist du jetzt? Hier. Ein goldener Legostein. Goldener Legostein. Den habe ich gerade nicht knapp. War das nicht schon wieder Alien? Die, die ich auf dem Falle dann bin. Jolt. Ich vers撒ble denombrüner. Das war es f Guatemala. Das war die happens. Okay, wir haben meine Laser-Kanone gekauft. Laser-Kanone! Und ich habe das Eliener gescannt. Halt die Kiste! Markus, spielen wir eine Runde Fußball? Markus? Kannst du das mit der Fahne oder nicht? Nein. Ja, dann treffen wir uns beim Raumschiff. Weil dann würde ich sagen, dann versuchen wir woanders unter Druck. Alle zum Raumschiff! Fußball! Wo ist das Raumschiff? Wo ist das? Ja, das war's. auch das ist die Lampe kaputt gemacht so machen wir uns auf dem Weg Wohin? Das besprechen wir dann beim nächsten Mal. So, wir bedanken uns bei allen unseren Abonnenten, bei allen Zusehern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Gut, dann bis dahin. Tschüss! Tschüss!